Am Bockhauer Weg in Schwarzenberg entsteht derzeit ein Wanderparkplatz. Die Bauarbeiten beim Stadtteil Heide sind in vollem Gange. Auf dem brachliegenden Gelände sollen künftig 20 Autos parken können, inklusive einer behindertengerechten Stellfläche. Zudem werden auf dem Areal auch eine Sitzgelegenheit, Infotafeln zu Wander- und Radwegen sowie eine Reparaturstation für Fahrräder integriert. Kosten soll das Ganze rund 118.000 Euro. Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge wird allerdings zunächst nicht realisiert. Das aber hatte die Entwurfsplanung vorgesehen. Momentan liegen die Kosten dafür aber über dem Budget. Stattdessen werden nun zunächst Leerrohre mit in die Erde gelassen, damit der Elektromobilität vielleicht später einmal Rechnung getragen werden kann.